Hallo Internet, ich bin's wieder, Pesti. Ich werde diesen Samstag wieder streamen. Und dieser Samstag ist der 23. Januar 2016 um 17 Uhr für zwei Stunden auf twitch.tv slash nurkram. Das ist soweit nichts Überraschendes, das ist üblich. Und gerade weil es so üblich ist, möchte ich es mir in Zukunft sparen, diese Ankündigungsvideo. Diese Ankündigungsvideos zu machen, möchte ich mir in Zukunft sparen. Und deshalb sage ich jetzt hiermit einfach mal eine offizielle, allgemeine Livestream-Ansage für alle Samstage, die dann noch kommen, bis ich sterbe. Na gut, vielleicht nicht ganz so übertrieben, aber wir sagen einfach mal, auf absehbare Zeit werde ich jeden Samstag streamen. Ich bitte euch, folgt mir auf twitter. twitter.atpestitv. Ganz wichtig, denn wenn mal ein Livestream ausfallen sollte, weil ich nicht kann, weil ich keine Zeit habe oder weil ja irgendwas dazwischen kommt, dann werde ich euch über Twitter darüber informieren. Ich werde gucken, ob ich auch andere Wege suche, euch zu informieren. Ich kann es auch auf Reddit posten, aber ich denke, da werden es noch weniger Leute sehen als auf Twitter. Also Twitter und Reddit slash r slash pesti, da könnt ihr euch informieren. Und wenn ich da nichts poste, dann wird es einen ganz normalen Livestream geben. Ihr könnt natürlich auch jede Woche nachfragen und mich nerven, wenn ihr das möchtet. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Aber wenn ich irgendwo schreibe, dass kein Livestream kommt, dann dürft ihr bitte auch nicht enttäuscht sein für diese Woche. Ich werde mir Mühe geben, es jede Woche zu erfüllen, aber wenn es mal nicht klappt, seid mir bitte nicht böse. Wir sehen uns nächsten Samstag. Jeden Samstag.